Thailand ist und bleibt für viele unserer Mandanten ein sehr beliebtes Wohnsitzland, ein sehr beliebtes Auswanderungsland. Wie du vielleicht gehört hast, gab es in Thailand eine steuerliche Änderung, Anfang 2024, dazu mehr später. Hier hat sich dann besonders das sogenannte Long-Term-Resident-Visa als eine sinnvolle Alternative zu anderen Visa-Typen herauskristallisiert, denn das LTR-Visum ermöglicht einem nach wie vor die komplette Steuerfreiheit in Thailand. Und mit dem LTR-Visum wollen wir uns in diesem Video mal näher auseinandersetzen. Thailand, ein ganz tolles Land, tolle Natur, tolle Menschen, tolles Essen, günstige Lebenshaltungskosten für sehr viele Deutsche, Österreicher und Schweizer. Natürlich ein unheimlich attraktives Land, wo man hin auswandern möchte. Daran hat auch eine steuerliche Veränderung in Thailand, die nachteilig ist, Anfang 2024 nichts geändert. Ich fasse nochmal ganz kurz den Inhalt dieser Änderung zusammen. Bisher war es so, dass Auslandseinkünfte in Thailand steuerfrei waren, zumindestens dann, wenn man sie mindestens ein Jahr nach dem Jahr des Verdienstes überwiesen hat nach Thailand oder dort verbraucht hat. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Aktienportfolio hatte und dort habe ich Veräußerungen gemacht im Jahre 2023 und dann habe ich diese Veräußerungserlöse erst 2024 nach Thailand überwiesen, dann waren sie bisher steuerfrei. Das hat sich nun geändert, wenn ich nun Auslandseinkünfte nach Thailand überweise, egal wann, ein Jahr später, fünf Jahre später nach dem Verdienst, dann muss ich diese Einkünfte in Thailand versteuern. Ich muss eine Steuererklärung einreichen und muss darauf in Thailand Steuern bezahlen. Die thailändischen Steuern sind nicht besonders attraktiv, das heißt ganz klar eine Verschlechterung. Diese Regelung gilt praktisch für alle Einkünfte inklusive Renten, Pensionen und so weiter aus dem Ausland. Aber natürlich muss man hier die einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen dann konsultieren. Doppelt wird man natürlich in Thailand nicht besteuert. Die im Ausland bezahlte Steuer wird angerechnet. Das führt vielfach dazu, dass dann in Thailand keine Steuern bezahlt werden müssen oder wenigstens nicht zu viel Steuern bezahlt werden müssen. Die Regelung tritt übrigens in Kraft für sämtliche Einkünfte, die ab dem 01.01.2024 verdient worden sind. Alles andere, was davor verdient wurde, kann man noch gemäß der alten Regel dann hier nach Thailand einbringen oder auch nicht. Also man muss nochmals sagen, Thailand ist natürlich nach wie vor steuergünstig. Sämtliche Auslandseinkünfte sind nach wie vor komplett steuerfrei in Thailand. Ich darf diese Auslandseinkünfte eben nur nicht nach Thailand hineinbringen, dort ausgeben. Ansonsten werden sie besteuert. Damit hat Thailand eine Regelung adaptiert, die wir ja schon vielfach von den klassischen Non-Dom-Ländern kennen. Zum Beispiel UK, zum Beispiel Irland, zum Beispiel Malta. Dort gelten genau die gleichen Regelungen. Es spielt im Übrigen keine Rolle, welches Visum du hast in Thailand. Es spielt keine Rolle, ob du den Border-Run machst. Es spielt keine Rolle, ob du ein Retirement-Visum hast. Es spielt keine Rolle, ob du ein Elite-Visum hast. Diese steuerliche Regelung ist komplett unabhängig vom Einwanderungsrecht. Das heißt, sobald du dich mehr als 180 Tage in Thailand aufhältst, bist du unbeschränkt steuerpflichtig. Hältst du dich weniger als 180 Tage in einem Kalenderjahr in Thailand auf, bist du auch nicht unbeschränkt steuerpflichtig. Das heißt, wenn du weniger als 180 Tage in Thailand bist, kannst du so viele Auslandseinkünfte, wie du willst, nach Thailand überweisen. Das hat dann überhaupt nichts zur Sache. Soweit nochmal die Zusammenfassung hier der neuen steuerlichen Ausgangssituation in Thailand. Ich möchte dem noch hinzufügen, dass die Steuerbehörden in Thailand hier weiterhin regelmäßig Updates zur Situation geben. Viele Fragen sind nach wie vor nicht geklärt. Also zum Beispiel hier zum Zeitpunkt, als ich dieses Video aufnehme im April 2024, ist nicht geklärt, ob man eine ausländische Karte, Kreditkarte, Debitkarte in Thailand benutzen kann oder ob das auch hier alles als eine sogenannte Remittance zählt, die dann in Thailand zu versteuern ist. Also da kommen weiterhin Informationen von den thailischen Steuerbehörden, um diese und andere Fragen zu klären. Ich rate dir, dass du diese liest, wenn du von der Situation betroffen bist. Kommen wir nun aber zum LTA-Visum, zum Long-Term-Residence-Visum in Thailand. Der große Vorteil dieses relativ neuen Visums, was ja erst vor einigen Jahren letztlich überhaupt existiert, ist, dass dort nach wie vor sämtliche Einkünfte in Thailand steuerfrei sind. Das heißt also, egal ob du die Einkünfte nach Thailand einbringst oder nicht, du zahlst darauf keine Steuern in Thailand. Grundsätzlich muss man sagen, dass sich das sogenannte LTR-Visum, Long-Term-Resident-Visum in Thailand hier an gut situierte Personen wendet, die sich in Thailand niederlassen wollen. Die Auflagen hier sind relativ hoch. Es gibt verschiedene Visumskategorien. Diese wollen wir nun mal hier im Einzelnen besprechen. Grundsätzlich gibt einem das LTR-Visum in Thailand die Möglichkeit, hier ein 5-Jahres-Visum zu erhalten. Dieses kann man einmal erneuern. Man kann also bis zu 10 Jahre mit dem LTR-Visum in Thailand leben. Man muss sich damit nur einmal im Jahr bei der thailändischen Immigration-Behörde melden. Nicht also alle 90 Tage, wie es ja bei anderen Visumskategorien inklusive auch dem Elite-Visum sonst notwendig ist. Der steuerliche Vorteil ist offensichtlich. Sämtliche ausländischen Einkünfte sind mit dem LTR-Visum steuerfrei und können eben auch nach Thailand überwiesen werden. Hast du ein LTR-Visum in der sogenannten Highly Skilled Professionals-Kategorie, dann musst du hier nur 17% Einkommenssteuer in Thailand bezahlen. Wie gesagt, bei den anderen Kategorien sind ausländische Einkünfte komplett steuerfrei. Jetzt wollen wir uns zunächst mal die verschiedenen Kategorien anschauen, die es hier bei diesem LTR-Visum gibt. Bevor wir zu den Kategorien kommen, vielleicht nochmal eine kurze Übersicht zu den Bedingungen, die man generell erfüllen muss für alle Kategorien beim LTR-Visum. Also man braucht einen ausländischen Pass, der muss mindestens noch ein Jahr gültig sein. Man muss eine Krankenversicherung haben, die mindestens 50.000 US-Dollar an Deckung bietet. Wer eine solche Versicherung nicht hat, es gibt ja Gründe, zum Beispiel vorherige Krankheiten, wo man eine solche Versicherung dann nicht mehr bekommt. Wenn das der Fall für dich ist, müsstest du 100.000 US-Dollar bei einer Bank in Thailand deponieren. Dann musst du eine Visa-Gebühr bezahlen in Höhe von 50.000 Baht, also ungefähr 1.200 Euro. Und wie gesagt, nach einem Jahr und dann jährlich musst du dich dann bei der Immigration-Behörde melden. Diese Bedingungen, die ich jetzt genannt habe, gelten also für alle LTR-Kategorien. Von diesen LTR-Kategorien gibt es insgesamt vier. Die erste ist die sogenannte Wealthy Global Citizens. Das betrifft, sage ich mal, Privatiers, Investoren. Dann gibt es Wealthy Pensioners. Das sind eben Ruheständler, die wohlhabend sind. Drittens haben wir Work-from-Thailand-Professionals. Hier sprechen wir im Grunde für Personen, die für einen ausländischen Arbeitgeber in Thailand arbeiten können, also die remote arbeiten dürfen. Und dann haben wir noch sogenannte Highly Skilled Professionals, die dann also bei thailändischen Arbeitgebern selbst arbeiten. Ich möchte nun für alle diese vier Kategorien kurz die Anforderungen durchgehen, die du erfüllen musst, wenn du das LTR-Visum beantragen musst. Wie gesagt, sie sind relativ hoch. Das kennen wir ja aus Thailand schon. Die wollen also weg von diesem Billig-Image. Die wollen also verhindern, dass hier jeder nach Thailand kommt. Sie wollen wohlhabende Menschen haben, gut situierte Menschen haben, die hier gesichert ein Auskommen in Thailand haben. Von allem anderen wollen sie eher Abstand nehmen. So ist es leider. Also erste LTR-Kategorie Wealthy Global Citizens. Du musst in den letzten zwei Jahren ein Einkommen von mindestens 80.000 US-Dollar gehabt haben. Du musst ein Vermögen von mindestens einer Million Dollar haben. Und du musst mindestens 500.000 in Thailand investieren. Das kann in ein Business sein, das kann in Staatsanleihen sein oder aber auch in deine eigene Immobilie. Wenn du diese Bedingungen erfüllst, dann kannst du das Wealthy Global Citizens LTR-Visum beantragen. Kommen wir zur nächsten Kategorie Wealthy Pensioners. Hier geht es also um Ruheständler. Hierfür musst du mindestens 50 Jahre alt sein. Du musst mindestens 80.000 Dollar im Jahr passive Einkünfte haben. Das kann zum Beispiel sein eine Pension. Das kann zum Beispiel sein Einkünfte aus einem Depot. Das können auch Mieteinnahmen sein aus dem Ausland. Es müssen eben passive Einkünfte sein. Es dürfen keine Einkünfte sein aus einer Tätigkeit, die du ausübst. Es muss komplett passiv sein. Hast du keine Einkünfte in dieser Höhe, liegen deine Einkünfte aber mindestens bei 40.000 US-Dollar, also zwischen 40.000 und 80.000 US-Dollar im Jahr, dann kannst du zusätzlich noch 250.000 in Thailand investieren. Auch hier wiederum in ein Unternehmen, in Staatsanleihen oder eben in eine Immobilie. Und dann kannst du das Visum trotzdem erhalten. Das heißt, das betrifft im Grunde Personen, die zwar ein großes Vermögen haben, aber nur relativ geringe Einkünfte. Solange du mindestens 40.000 hast und dann noch 250.000 US-Dollar investieren kannst, wirst du das Visum erhalten. Kommen wir nun zur LTR-Kategorie Work from Thailand Professionals. Ich persönlich finde diese Kategorie sehr seltsam und die Anforderungen sehr, sehr seltsam. Es gibt also nur wenige, die tatsächlich sich hier angesprochen fühlen können. Das sage ich dir schon mal als Warnung. Die erste Anforderung, dass man mindestens 80.000 US-Dollar in den letzten zwei Jahren pro Jahr verdient hat, das kann ich ja noch verstehen. Du musst mindestens fünf Jahre Berufserfahrung haben. Auch das macht Sinn. Auch hier gibt es jetzt wieder die Möglichkeit, Alternativen hier letztlich zu verwenden, wenn dein Einkommen keine 80.000 US-Dollar im Jahr waren, sondern mindestens 40.000 Dollar waren. Wenn du alles zwischen 40.000 und 80.000 Dollar verdient hast, reicht es aus, wenn du zusätzlich ein Master-Degree hast oder aber du hast eine Series A Funding bekommen hier für ein Start-up, was du gegründet hast oder aber du hast hier Intellectual Property, also zum Beispiel Patente, die in deinem Namen angemeldet worden sind, dann sind die auch gut, um das Visum zu bekommen. So, jetzt wie gesagt, das Wichtigste ist ja hier, hier geht es tatsächlich um Personen, die für einen ausländischen Arbeitgeber in Thailand arbeiten, also remote. Und jetzt kommt hier eigentlich die Sache, die ich seltsam finde, die Anforderungen an den Arbeitgeber sind auch relativ hoch. Also entweder muss der an der thailändischen Börse gelistet sein oder es muss eine Gesellschaft sein, die in den letzten drei Jahren mindestens 150 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht hat. Also das heißt, das funktioniert im Grunde genommen nur diese LTR-Kategorie für Mitarbeiter von sehr großen Unternehmen, die jetzt hier remote in Thailand arbeiten können. Wenn du jetzt hier für ein kleines Unternehmen oder so arbeitest oder dein eigenes Unternehmen oder als digitaler Nomade, dann funktioniert das definitiv nicht. Also es ist nicht für digitaler Nomaden, Freiberufler, Freelancer oder so geeignet, sondern tatsächlich für Personen, die für einen Arbeitgeber arbeiten, der hier ein sehr großes Unternehmen ist. Kommen wir nun zur letzten LTR-Kategorie, nämlich Highly Skilled Professionals. Hier geht es, wie gesagt, um Ausländer, die in Thailand selbst arbeiten wollen. Was sind hier die Anforderungen? Du musst in den letzten zwei Jahren mindestens 80.000 US-Dollar pro Jahr verdient haben, wobei diese Anforderung nicht gilt, wenn du für eine thailändische Regierungsorganisation oder Behörde arbeiten möchtest. Du musst mindestens fünf Jahre Berufserfahrung haben, einen Doktortitel haben oder wiederum hier für eine thailändische Behörde arbeiten wollen, dann gelten diese Anforderungen auch nicht. Wenn du jetzt weniger als 80.000 in den letzten Jahren verdient hast, dann musst du mindestens ein Master's Degree haben in einem Technologie- oder wissenschaftlichen Feld oder eben eine andere eindeutige Erfahrung, die für den Job in Thailand hier relevant ist. Der Arbeitgeber, für den du arbeiten willst, muss in der genannten Branche eben tätig sein und es muss sich um einen der folgenden Organisationstypen handeln. Eine thailändische Regierungsorganisation oder Behörde, eine Universität, eine spezielle Ausbildungseinrichtung oder eben ein Research Center. Das heißt also, hier sollen tatsächlich Personen angezogen werden, die im Bereich Forschung und Entwicklung arbeiten. Und das natürlich in Thailand vor Ort. Soweit also die vier Kategorien des LTR-Visums in Thailand. Wie du siehst, die Anforderungen sind relativ hoch. Kommen wir noch kurz zum Antragsverfahren. Du kannst ja auch deine Familie mitbringen nach Thailand. Allerdings nur vier Familienmitglieder. Also ich könnte es nicht nutzen, wie du vielleicht weißt, habe ich ziemlich viele Kinder. Das heißt also, bis zu vier Familienmitglieder können mit dir nach Thailand kommen. Kinder unter 20 sind das und natürlich der Ehepartner. Das müssen nicht deine leiblichen Kinder sein, können auch adoptierte Kinder sein. Wie gesagt, man muss verheiratet sein und auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften werden in Thailand nicht anerkannt. Das Antragsverfahren dauert ungefähr vier bis acht Wochen. Also alles relativ zügig. Und du kannst dir vorstellen, dass du hier die üblichen Unterlagen mit einreichen musst. Dinge wie zum Beispiel Lebenslauf, deine Steuererklärungen und die ganzen persönlichen Informationen, die eben für ein solches Visum notwendig sind. Wenn die Anforderungen des LTR-Visums zu hoch für dich sind oder du findest das zu schwierig, gibt es wie gesagt auch noch das Elite-Visum oder eben das ganz normale Retirement-Visum, also das Ruheständler-Visum. Da sind eben dann nicht die steuerlichen Vorteile gegeben wie beim LTR-Visum. Das muss man sagen. Und darüber sollte es jetzt ja spezifisch bei diesem Video gehen. Wenn auch du vorhast, nach Thailand auszuwandern oder in ein anderes Land, dich interessiert das LTR-Visum oder ein anderes Visum in Thailand und du möchtest dich diesbezüglich beraten lassen, so wie natürlich auch zu der steuerlichen Situation, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu beraten, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.